Hallo zusammen. Hier gibt es das nächste Kurzvideo. Ich bin jetzt hier in der Nähe von dieser E 134 und eigentlich immer noch auf dem Weg zu einem weiteren Ziel. Aber das ist so wunderschön hier, man kann sich überhaupt nicht losreisen. Schaut euch das an, da hinten steht auch ein Wohnmobil. Und ansonsten, wie ihr seht, ist hier rundum nichts. Ich stehe da oben. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht, aber es ist auch nicht weiter wild. Aber ist das nicht herrlich. Es sind so 17 Grad in der Sonne. Und hier mit dem Schnee da oben und so, das ist doch wohl ein Traum. Jetzt kommen gerade ein paar LKWs. Das ist natürlich nicht so schön im Hintergrund, aber es ist auch gleich wieder vorbei. Ist doch ein Traum, oder? Ich denke mal bei den Aussichten seid ihr auch zufrieden, wenn es nur so kurze Videos sind. Ich werde jetzt hier erst mal Mittag machen. War nicht der Plan, aber macht nichts. Unglaublich. Unglaublich. Ich gehe jetzt wieder da hoch, man erkennt so ein bisschen meine Hope und dann gibt es was zu essen. Ich hoffe auch dieses ganz, ganz kleine Video. Mit dieser Wahnsinns Aussicht hat euch gefallen. Ich werde diesmal ein Fotoband in Norwegen machen, weil ich diesmal deutlich mehr Bilder mache als Videos bisher. Und da kann man das ein oder andere Röster drinne festhalten. Also macht's gut. Euer Markus.